Meier kommt auf der Ausfahrt, auf der 2, Tobi, gut, gleich. Auf der 4, nach Bayern. Fahl über den Platz 1 für die Blue Tanks. Meier auf der 2, dann kommt Tobi. Tobi jetzt auf der Ellenbahn, Tobi Dinger 1, auf der Ellenbahn bewegt. Meier ist der Platz 1, Meier kommt von der ersten. TNT Meyer übernimmt die Führung geht weiter nach außen, muss die Führung wieder abgeben Toni, die Rennkarte, geht in den durch wir setzen wieder weg aber wir müssen die Rennkarte durchkommen und die Rennkarte durchkommen Beide gleich auf, gehen sie gerade hoch Toni kommt wieder auf der Edelbahn als er ist aus der Kurve das sei zu weit jetzt zwei Toni von den Rennkarten